Herzlich willkommen bei Cini macht Auge. Dr. Hegedüsch hat ein neues Video hochgeladen. Abnehmen im Liegen. Was sagen die Kunden? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, um was es geht. Und das macht es gerade umso spannender. Wir hören einfach mal zu, was wir heute hier Schönes lernen können. Hallo, liebe Zuschauer. Wir haben uns bereits mit dem Thema Abnehmen im Liegen auseinandergesetzt. Scheiße, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Das klingt übel. Weniger essen, sich etwas mehr bewegen und das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich auf Abnehmen im Liegen gestoßen und dann habe ich mir gedacht, dass wenn das funktioniert, muss ich das unbedingt haben. Dass ich Menschen unterstützen kann beim Gewicht abnehmen. Klaren, grundlagenbasiert, die du umsetzen kannst und mit dem du binnen kürzester Zeit mindestens 5000 Euro und dann noch mehr verdienen wirst. Halter! Dass du verlieren wirst. 50 Kilo und 5000 Euro abnehmen wirst. Ich finde, die wirken ja schon alle irgendwie total vertrauenswürdig. Also not not. Also gar nicht. Ich finde das total krass. Das ist so, mein innerer Indikator springt sofort so. Wenn jemand schon so reinkommt mit dem Satz und ich verrate dir, nee, nein, du verrätst mir gar nichts. Okay? Sprich ganz normal. Was ist das? Hosen abbauen, also gerade in den Bereichen, wo ich Fettgewebe habe, was mich besonders stört. Beim ersten Video war es mir noch gar nicht bewusst, aber es wird eine der spannendsten Geschichten des Jahres. Dies ist nun das zweite Video dazu und es wird noch ein drittes folgen. Diese drei Videos zusammen werden die Masche aus drei unterschiedlichen Perspektiven vollständig beleuchten. Im ersten Video haben wir alles aus medizinischer Sicht bewertet. In diesem Video betrachten wir die Sache aus der Sicht der Kunden. Und im dritten Video folgt die juristische Bewertung, vor allem aus der Perspektive der Partner, die selbst mitmachen. Ich finde das wirklich super spannend und es ist noch nicht zu spät, euch auf den aktuellsten Stand zu bringen. Schaut euch am besten gleich den ersten Teil an. Dieser ist hier oben und auch unten verlinkt. Ja, jetzt bin ich gerade natürlich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe das erste Video nicht gesehen. Ich überlege gerade, Chat unterstützt mich mal. Weitermachen hier oder tatsächlich jetzt erstmal ins erste Video rüber gehen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, uns fehlen hier wichtige Informationen. Wie lange geht das erste Video? Wir gucken mal. Wird ja sicherlich verlinkt worden sein. Da, das erste Video geht, ähm, oh, 36 Minuten. Hm, blöd. Wie meinen das denn jetzt am besten? Also das ist das erste Video. Wir können ja mal ganz kurz reinschalten. Willst du gerne abnehmen, aber du hast keine Lust auf Sport oder Diät? Also ich bin ja jetzt schon getriggert. Ich möchte mal die Frage in den Raum werfen. Ich glaube, ich muss mir davon gar nichts angucken, weil ich schon einen Schritt vorher schon wieder raus bin. Dieses Thema Abnehmen. Also wenn man nicht vorhat, Sport zu machen, also Muskelmasse aufzubauen, in irgendeiner Form oder fitter zu werden und so weiter. Du willst nur abnehmen. Dann weiß ich gar nicht, ob das eigentlich so ein lohnenswertes Ziel ist. Weil gehen wir jetzt mal davon aus, man ist ein bisschen oder viel übergewichtig, spielt keine Rolle. Also auf jeden Fall, man hat den berechtigten Wunsch abzunehmen. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die haben das Gefühl, die müssten abnehmen. Aber das ist eigentlich Quatsch. Ja, das ist ein anderer Grund. Also vielleicht auch was Psychologisches. Aber es gibt ja Leute, da würde man sagen, ja doch, das hat medizinisch, das hat gesundheitlich, hätte das Vorteile. Aber das ist ja dann so, wenn du einfach nur sagst, ich will eigentlich gar nichts ändern. Ich will keinen Sport machen. Ich will keine Muskelmasse aufbauen. Ich will eigentlich nur abnehmen. Dann wird das Ergebnis im Grunde Skinny-Fett sein. Ja, also ganz übertrieben gesprochen. Du wirst, wenn du dann irgendeine Diät machst, Körpermasse verlieren. In erster Linie wirst du aber auch Muskeln, die du vielleicht gar nicht viel hast, aber die wirst du auch verlieren. Und dann nimmst du eventuell, weiß ich nicht, lass es 15, 20, 30 Kilo ab. Aber wenn du gar keine Muskelmasse aufgebaut hast, dann ist das derselbe nicht fitte, nicht starke, schlaffe Körper, der jetzt zwar insgesamt weniger Fett hat, aber der ist ja immer noch nicht in irgendeiner Form leistungsfähiger. Also du bist nicht kräftiger, du hast nicht deine Rumpfmuskulatur gestärkt und so weiter. Und ich weiß gar nicht, was bringt das? Also ich glaube, vielleicht muss man wirklich da nochmal reingehen und sich die Frage stellen, hat man da eventuell eine total falsche Vorstellung, wie ein Körper aussieht, der jetzt einfach nur 20 Kilo Muskel und Fett verloren hat? Dann ist das immer noch ein schlaffi Körper, ne? Also das soll jetzt nicht heißen, dass man, dass jeder irgendwie zum Muskelprotz werden muss, aber also ich finde mal so, Abnehmen ist für mich so das zweite Thema. Ich würde mal sagen, Sport, Kraftsport würde ich immer am Anfang erstens empfehlen, also irgendwie Kraftsport machen, dann Ernährung umstellen, anpassen, Eiweiß drauf, Fette und Zucker runter. Zieh das einen Zeitraum X durch und dann wirst du eben viel zufriedener sein mit deinem Körpergefühl und allem. Also deswegen allein schon, also wenn jemand schon damit wirbt, im Liegen irgendwie abnehmen. Ja, einer, der bettlägerig ist, der wird auch vielleicht, wenn er keine Nahrung mehr zu sich führt, dann wird er auch abnehmen. Aber damit hast du nichts gewonnen, meiner Meinung nach. Wie wäre es, wenn du dich einfach für eine Dreiviertelstunde hinlegen könntest und dabei sofort bis zu zwölf Zentimeter Bauchumfang verlierst? Und keinen Zentimeter Bauchmuskeln aufgebaut. Ich sag ja, das werde ich jetzt die ganze Zeit so sagen können. Also wir gucken mal, wie weit wir das Video hier gucken. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Haltet euch fest, ich habe ein Gerät gefunden, das genau das anbietet. Abnehmen im Liegen. Sogar mit Geld-Zurück-Garantie. Ich habe recherchiert, es gibt also wirklich Studien darüber. Ich konnte das, als ich es gesehen habe, nicht glauben. Es hat sich einfach zu gut angehört, um wahr zu sein. Damit hallo, liebe Zuschauer. Es wird heute eine wilde Reise. Haltet euch also bitte fest. Ich habe wegen dieses Videos schon vor der Veröffentlichung bereits mit zwei Anwälten Kontakt gehabt. Ich werde euch alles zeigen. Dieses Video hat also Potenzial, richtig große Wellen zu schlagen. Mal sehen, ob mein Kanal den Sturm überleben wird. Es gibt definitiv keine bessere Zeit, uns zu unterstützen und das Video so lange zu teilen, wie es noch online ist. Abnehmen im Liegen heißt das Erfolgskonzept. Wenn man die Website aufruft, trifft man erst den sympathischen Österreicher Chris Steiner. Ich finde, Sprache hat ja sowas Geiles. Du kannst einfach den Satz sagen, dann trifft man erst mal den sympathischen Österreicher Chris Steiner. Und da schwingt so viel Subtext mit. Du hörst einfach. Man muss es dir gar nicht sagen. Aber ich glaube, es ist nicht das gemeint, was gesagt wurde. Und das finde ich total spannend an Sprache, dass es halt so viele Ebenen bedienen kann. Immer wieder schön. Unternehmer, Visionär, Mentor und wahrscheinlich auch Mitglied der Magicians Alliance. Manche von euch schütteln jetzt schon den Kopf. Ich habe das gesehen. Wartet aber mal kurz ab. Er hat zahlreiche Businessprojekte implementiert, bereits mit 25 über 100 Millionen Euro Umsatz generiert und mit seinen Fitnessstudio-Ketten mehr als 100.000 begeisterten Kundinnen und Kunden ein fitteres und vitaleres Leben ermöglicht. Mit seinem neuesten Projekt Abnehmen im Liegen hat er über 500 Partnerinnen und Partnern in die Selbstständigkeit geholfen. Das ist auch noch ein Schneeballsystem, ja. Also in die Selbstständigkeit geholfen. Das ist also auch wieder diese geile Doppeln an einem Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner. Da werden Texte einfach so unnötig lang. Und es werden täglich mehr. Chris Steiner hilft dabei, mit seinem Erfolgskonzept viel Geld zu verdienen. Deswegen wird das das kürzeste und gleichzeitig informativste Webinar, mit dem du es schaffen kannst, dein Einkommen zu verzehnfachen. Chris. Wow. Das ist ja klar, dass 10% nicht gleich mit Zehnfach ist, oder? Es geht schon gut los. Hallo, mein Name ist Chris Steiner und ich habe in den letzten Jahren über 1000 Menschen geholfen, erfolgreich selbstständig zu werden und finanziell in ganz neue Dimensionen vorzustoßen. Wie habe ich das geschafft? Ich habe ein Konzept entwickelt, das auf drei einfachen und klaren Grundlagen basiert. Erstens, ich habe irgendein Produkt, was ich dir verkaufen kann. Und zweitens, du musst das zehn weiteren verkaufen, dann profitierst auch du davon. Und drittens, die ganze Kohle landet bei mir. Ich glaube, so funktionieren diese Konzepte. Die du umsetzen kannst und mit dem du binnen kürzester Zeit mindestens 5000 Euro und dann noch mehr verdienen wirst. Es gibt also ein Gerät, mit dem man im Liegen abnehmen kann. Dazu gibt es noch ein ganzes Konzept. Oh Mann, ey, auch noch so richtig so Medizintechnik da rein. Ja, also so Pseudomedizintechnik. Ja, da steht... Konzept, wie was gemacht wird und wie was eingerichtet wird, welche Abos verkauft werden könnten und so weiter. Am Ende das Wichtigste. Profit. Sieh das. So einfach. Wie sollte das funktionieren? Na, das Gerät ist einfach super. Grund Nummer eins ist ganz klar der Sofort-Effekt. Wir verwenden bei Abnehmen im Liegen eine... Sag mal, wenn ich mir so ganz kurz gucke, ne? Der sitzt da so. Hat der ja eine kleine Lampe? Entschuldigung, ich frage nur. Das ist unwichtig. Ultraschall und Wärme. Und diese führt dazu, dass deine Kundinnen ab der ersten Anwendung sofort Zentimeter verlieren. Wir garantieren unseren Kundinnen zwei bis fünf Zentimeter Umfangverlust nach der ersten... Oh Gott, diese Szene ist so peinlich. Also, stell dir das mal vor. Kommt zu einem und so... Oh, großer Messtag. Und kommst du mit dem Maßband und dann so... Ganz schon gespannt, weil der Blick in den Spiegel hat es gar nicht verraten. Weißt du? Dass das Maßband entscheidet, ob du glücklich bist oder nicht. Hä? Nicht das Körpergefühl. Nicht das Spiegelbild. Nein, das Maßband. Also, ne? Und dann zack und dann... ...erste Behandlung und das... Wie die sich freuen. Ganze sogar mit Geld zurück Garantie, weil es wirklich wirkt. Genial, oder? Das führt nämlich dazu, dass Kundinnen, die schon Diäten probiert haben oder mit Sport abzunehmen, denen es nicht gelungen ist, endlich wieder Mut gefasst haben, um endlich ihren Traumkörper zu erhalten. Wir verdienen Geld mit der Hoffnung der Menschen. Ich glaube, mit Angst und Hoffnung, das sind so die zwei Dinger, mit denen man in der Welt am einfachsten an das Geld von anderen kommt. Dich ist es dann super einfach, einen 10er oder 20er Block zu verkaufen und danach sogar weitere Abo-Pakete an den Mann oder an die Frau zu bringen, was sich super positiv auf deinen Cashflow auswirkt. Interessant, oder? Ob dieses Gerät... Vor allem auch wieder diese Verknüpfung von, also einmal so einen Abnehmen, medizinischen Aspekt und das verknüpfst du aber mit so einem schneeballartigen System. So Multi-Level-Marketing heißt das ja. Das ist ja echt wild. Das Gerät, das hier gezeigt wird, wirklich beim Abnehmen hilft oder nicht, würde mich schon brennend interessieren. Das erfahren wir aber von ihm in diesem Video nicht. Zum Glück gibt es aber auf der Webseite ein anderes Video, in dem uns zwei Ärztinnen ganz genau erklären, wie dieses medizinische Wunder jedem Menschen helfen könnte. Bevor wir aber dieses Video angucken, noch ein Wort von Herrn Steiner, nur um ein paar wichtige Details zu klären. Der nächste Punkt ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wenn du auf Google oder YouTube Abnehmen eingibst, dann wirst du erstens sehen, dass das bereits Milliarden von Suchergebnissen mit sich bringt und dass es Geräte und Technologien gibt wie Sand am Meer. Ich habe jedoch ein schlüsselfertiges Konzept für dich entwickelt, mit dem bereits weit über 1000 Menschen sich selbstständig gemacht haben und zahlreiche Partnerinnen und Partner, die eine Million Euro Umsatzmarke geknackt haben. Ich bin wirklich überrascht, also ist das wirklich etwas, wie soll ich, also bei mir, ich versuche mal zu beschreiben, wenn ich da so einen Typen sehe, das können jetzt übelste Vorurteile meinerseits sein, deswegen einfach nur, ich will euch mal an meinem Gedankenprozess teilhaben lassen und dann könnt ihr ja selber entscheiden, wie ihr das seht. Wenn ich so einen Typen sehe, so ziemlich motiviert und spricht und er macht das gut und so, aber er ist ein bisschen für mich so übermotiviert und Arme hochgekrempelt und mich holt das überhaupt nicht ab, gar nicht. Das löst bei mir genau das gegenteilige Gefühl aus. Ich fühle mich so, was will, also ich habe aber eh immer schon so das Gefühl, wenn mir jemand was verkaufen will und zwar, der ist gar, also der, 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 du merkst so richtig, der hat das einstudiert und das ist halt ein Verkäufer. Ich finde, so Verkäufertyp, ich weiß, das gibt es und das ist, es ist jetzt auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich immer irgendwie schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber bei mir stößt das ganz, ganz häufig so auf eine innere Ablehnung und ja, ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin da nicht, glaube ich, nicht so anfällig für, dass man mir sowas verkaufen könnte. Wo habe ich schon mal sowas gehört und solche Bilder gesehen? Woran erinnert mich das Ganze hier? Ja, so, Pyramidensystem. Mein Telefon, da ist abgestürzt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Jetzt wird es aber wissenschaftlich. Nehmen im Liegen ist keine Wunschvorstellung mehr. Dann zu 100% Realität und steht bereits heute in hunderten Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Tagesordnung. Doch was steckt eigentlich hinter dem Weltmarktführer für passiven Sport? Um das herauszufinden... Passiven Sport. Was soll denn... Was ist denn passiver Sport? Das ist ja alles... Das ist ja alles... Also erstens weiß ich gar nicht, ist das nicht schon... Ist das nicht schon Schwurbel? Warte mal, was ist denn die... Ähm... Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz unseren Kollegen hier fragen, den Alfred. Ähm... Mach mal ganz kurz hier einen kleinen Querverweis. Kannst du mir eine ganz kurze Definition von Sport geben? Was ist der wichtigste Aspekt beim Sport? Vielleicht liege ich auch falsch. Ähm... So, wir gucken mal rein. Wir hören. Sport ist körperliche Aktivität mit dem Ziel, Leistung, Geschicklichkeit oder Fitness zu verbessern. Oft in Wettkampfform. Der wichtigste Aspekt? Wettkampfgeist. Denn ohne die Herausforderung, sich zu messen, ist es meist nur Bewegung. Okay, er ist sogar noch härter drauf. Also ohne Wettkampf kein Sport. Ähm... Und das ist natürlich der erste Satz. Ist körperliche Aktivität und eben nicht körperliche Passivität. Das wäre, das wäre ein bisschen strange. Ähm... Gut. Jetzt könnte man noch sagen, sowas wie E-Sports, ja, also Computerspielen. Hm... Aber wäre passiv, würde ich das ja auch nicht bezeichnen. Also passiver Sport klingt für mich schon etwas verschwurbelt. Dann besuchen wir Frau Dr. Claudia Thiel. Sie ist Ernährungsmedizinerin und seit 32 Jahren Ärztin. Abnehmen im Liegen ist zu 100% Realität. Wir werden den Weltmarktführer kennenlernen. Passiver Sport und es spricht eine Ärztin mit 32 Jahren Erfahrung. Wow. Möchte jemand noch ein Buzzword oder seid ihr schon richtig in Stimmung? Ja, also mein Name ist Dr. Claudia Thiel. Ich bin Internistin und Ernährungsmedizinerin und mittlerweile seit 32 Jahren Ärztin. Ich bin seit 20 Jahren... Was für eine tolle Praxis. Das kriegst du kaum mit Geld von der KV hin. Ich habe mir natürlich die Praxiswebseite angeschaut und die angebotenen Leistungen sind diesmal nicht auffällig. Ganz normale Sachen bis auf ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen, wie Bioimpedanzmessung und Witterstofftherapie, aber keine Hanebüchenangebote, kaum Alternativmedizin und vor allem überhaupt keine Spur von einem Mia Pro Gerät. Kein Wort über Abnehmen im Liegen. Frau Thiel hat aber eine andere Webseite, auf der sie für ihren eigenen Online-Ernährungskurs wirkt und dort auch kurz Abnehmen im Liegen erwähnt. Ihr Kurs wäre nämlich für alle Begeisterte von Abnehmen im Liegen, die noch bessere Ergebnisse erzielen wollen, ganz perfekt. Sie trennt also diese Sache von ihrer Hausarztpraxis ganz deutlich. So, was? Ich habe einen Raider, einen Raid bekommen. Von wem? Von Raider? Von wem? Von wem? Von wem? Wer war wieder so gütig? Ihr müsst mir wieder im Chat nachhelfen. Ich bin doch, äh, ich bin alt, aber... Ich weiß, was die Kids wollen. Ja klar, Alter. Du bist der Hammer. Ah, Kevin, er hat's geschafft. Geil. Was ich letztens versucht habe, wo ich gescheitert bin, das hat er, er hat mir das erklärt. Okay, nächstes Mal schaffe ich das auch. Ja, willkommen bei mir im Stream. Wir schauen uns gerade ein Video an von Dr. Hegedüsch. Ähm, es geht um Abnehmen im Liegen. Also das ist wohl so ein, so ein, keine Ahnung, so ein, man würde wahrscheinlich sagen, wir vermuten es, Schwurbel. Äh, und wir versuchen gerade herauszufinden, also er hier ist cool, ne, nur damit das klar ist. Also er ist cool. Ähm, ja. Wir, wir, wir schauen mal weiter. Es ist interessant. Ich bin kurz davor, äh, herauszufinden, dass all der Sport, den ich all die Jahre gemacht habe, dass ich auf meine Ernährung geachtet habe. So ein Blödsinn, ich hätte mich einfach nur hinlegen müssen. Das ist ziemlich klug, wie ihr noch sehen werdet. Als ich diese unterschiedlichen Webseiten durchforschte, fiel mir etwas echt Lustiges auf. Das zeige ich euch jetzt. Wir fangen auf der Webseite claudiatil.de an. Hier gehen wir auf Impressen. Sie ist im Übrigen die, die auch für dieses Abnehmen im Liegen wirbt. Eine Ärztin mit 32 Jahren Berufserfahrung. Zum, es öffnet sich eine neue Webseite. Ernährungszentrum Saar. Wir gehen hier auf Leistungen und auf Abnehmen im Liegen. Eine neue Webseite öffnet sich. Wir klicken mal hier unten auf Impressum und, das ist der Hammer, oder? Statt eines Impressums wird ja beschrieben, was eigentlich hier stehen müsste. Das ist so geil. Das ist wie so ein Lorem Ipsum Text, ne? Also ich weiß nicht, kennt ihr Lorem Ipsum? Ähm, das ist quasi so ein Worttext, den du einfach mal als Platzhalter irgendwo reinpackst. Falls du, da weißt du dann, so später musst du da nochmal dran irgendwie, ne? Hier so Lorem Ipsum, Dolor, Si, Ahmed. Das ist kein sinnvoller Text. Aber so hat man wahrscheinlich gedacht, ja, wir müssen mal, wir brauchen ja noch ein Impressum. Ja, machen wir Platzhalter hin. Gibt's auch immer ganz geile Fälle bei so irgendwie Spiegel Online oder so. Wenn da noch so ein eckigen, wenn die es vergessen haben beim Online-Schalten, dann steht da irgendwie noch so Platzhalter für reißerische Überschrift. Irgendwie so, und du denkst so, äh, okay. Warum ist das alles so un... Äh, genau, aber Lorem Ipsum, genau, das soll das Druckbild beurteilbar machen. Genau, dafür ist das, äh, ist dieser Lorem Ipsum Test, äh, das sieht aus wie ein Text. Wie ein, wie ein deutscher Text, glaube ich, so aussehen würde. Und dann kann man das halt mal reinpacken. Dann hat man so ein Gefühl, wie groß muss die Schrift sein? Ähm, wie viel Abstand muss ich zu den Rändern? Wie, wie kommt die Schriftart und so weiter, ne? Das, dafür, äh, eignet sich der Text. Und dann kann man das eben als Platzhalter einbauen. Ähm, wir gucken mal weiter. Unübersichtlich. Man erfährt hier aber nebenbei, dass seine Behandlung mit dem Gerät aktuell nur 69 Euro kostet. Was? Statt 169 Euro? Aber das ist schlecht gemacht. Die 169, die müssten rot sein und so durchgestrichen. So, äh, guck mal, auf den ersten Blick mein, mein Auge sagt, so, zwei Zahlen. Das muss so, das andere muss so fett und, und Rabatt. Und dann muss er eigentlich noch, irgendwo muss er noch stehen. Äh, limitiert, zeitlich limitiertes Angebot. Aber das wäre ein Aktionspreis. Ansonsten würde man 169 Euro hinblättern müssen. Na gut, lasst uns aber endlich mal anhören, was die Maschine macht. Als Fachärztin mit viel Erfahrung kennt Frau Dr. Thiel jeden Aspekt des Abnehmprozesses. Seit einigen Jahren betreibt sie selbst Abnehmen im Liegen in ihrem Ernährungszentrum in Saar. Aber warum eigentlich? Kann man nicht auch einfach normal abnehmen? Ja, und, äh, ich kann's euch beantworten. Ja, kann man. Das war meine Reaction. Scheiß, doch abnehmen im Liegen. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. So, was das Faszinierende an dem Fall ist, und ich mach's noch ein bisschen spannend, ich zöger's noch ein bisschen hinaus, ist ja eigentlich, also, gehen wir mal davon aus, sie ist eine echte Ärztin, und sie ist auch wirklich irgendwie hier Ernährungswissenschaftlerin und so weiter, ähm, und dann fragt man sich ja doch irgendwie, warum den Leuten dann sowas verkaufen? Also, hm, ich argumentiere selten moralisch, aber da frage ich mich dann schon, warum macht man das? Ich mache seit 2008 immer wieder Kurse zur Gewichtsreduktion. Ich hab das Problem gehabt, in meiner Praxis hab ich viele Patienten, die Diabetes bekommen haben, hohen Blutdruck, und die dann häufig auch Gewichtsprobleme haben, und ich hatte nie ein richtig gutes Angebot. Das kann ich gut nachvollziehen. Solche Patienten haben schon enorme Schwierigkeiten, Gewicht abzunehmen, und wenn wir ehrlich sind, sie scheitern auch meistens. Man müsste vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt. Vorbeugung wäre viel besser, aber das ist leider unrealistisch. Diese Patienten gibt es, und sie werden immer mehr. Ich verstehe das Problem zu 100 Prozent. ...gebot. Ich hab dann erzählt, sie sollen etwas weniger essen, sich etwas mehr bewegen, und das hat nicht... Ja, dass du das erzählt hast, und dass das nicht funktioniert hat, das ist klar, aber das ist trotzdem natürlich, äh, die richtige Ansage, ne? ...funktioniert. Und dann bin ich auf Abnehmen im Liegen gestoßen, und dann hab ich mir gedacht, dass, wenn das funktioniert, muss ich das unbedingt haben. Und bin da sehr, sehr glücklich. Ich mache das seit vier Jahren mit Abnehmen im Liegen, und es ist einfach eine optimale Kombination für mich, dass ich Menschen unterstützen kann beim Gewicht abnehmen, und aber dann auch dabei, dass das einfach dieser kosmetische, dieser, dieser, ähm, Aspekt mit Schönheit und Attraktivität halt damit auch viel, viel besser abgedeckt ist. Das Gerät sollte also beim Abnehmen helfen und würde sogar schöner machen. Wie soll das gehen? Highlights ihres Ernährungszentrums. So, hier sind wir jetzt bei Abnehmen im Liegen. Und Abnehmen im Liegen ist insofern sehr schön, weil das an sich jeder machen kann. Man braucht dazu keine ärztliche Ausbildung, man braucht auch keine Ernährungsberatung. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, äh, wenn wir wieder an dieses Multi-Level-Marketing denken, was da mit involviert ist. Du kannst das Leuten verkaufen, also dieses nicht, nicht das, äh, nicht das Programm, sondern du kannst das, äh, den, den Ausbilder dazu, oder derjenige, der das anbietet, das kannst du jedem verkaufen, weil das wahrscheinlich so unmedizinisch ist, dass das, wahrscheinlich macht das am Ende nix. Das ist irgendwie so, was weiß ich nicht, das schnalzt dir wahrscheinlich am Bauch und das ist, äh, wenn es keine Wirkung hat, dann brauchst du nämlich auch keine, äh, ärztliche Ausbildung oder irgendwas, ne? Das ist auch nix verschreibungspflichtig. Dann kann das jeder im Prinzip anbieten. Ähm, ist dann meistens auch ein Indikator dafür, dass es eben auch keine Wirkung hat. Aber, aber ich bin mal gespannt. Also, ne, da muss man immer jetzt wieder an die, an die, ähm, Marketingstrategie dahinter denken, ne? Wie praktisch ist das? Stellt euch vor, also, ähm, ich hab ja all die, äh, ich hab ja ganz viele Jahre lang, hab ich, äh, Tutorials gemacht für Musikproduktionen und hab meine Erfahrung im Mixer- und Mastering weitergegeben. Und stellt euch vor, ich könnte jetzt sozusagen ganz viele Mixer- und Mastering-Tutoren ausbilden, die dann auch, also so Multi-Level-Marketing. Und das Geile ist, ihr müsst das gar nicht können, sondern das ist so einfach. Ihr müsst einfach nur irgendwie ein Plug-in an jemanden verkaufen. So, und dann, genau ab da an der Schwelle wird's eben, ähm, unseriös, ja? Weil, das ist dann, also entweder verkaufst du einfach Leuten Hoffnung und verkaufst was Wirkungsloses, oder das hat Hand und Fuß, dann kann das aber nicht jeder. Genau, also genau das, was sie gerade erklärt, geht im Prinzip nämlich eigentlich nicht. ... gelernt zu haben, Abnehmen im Liegen funktioniert auch so. Es kann jeder machen, der sich dafür interessiert und der Freude daran hat, Menschen zu helfen. Das ist irgendwie schon befremdlich, oder? Auch schon wieder diese, wer Freude daran hat, Menschen zu helfen. Chris Steiner hat sich eine Ärztin und Ernährungsbeharrterin ausgesucht, die erzählt, dass sie das Ding in ihrer Praxis hat, aber man muss dazu eigentlich gar kein Arzt oder Ernährungsbeharrter sein. Es kann sich einfach jeder hinstellen und damit Menschen behandeln. Warum muss man also für das Gerät mit einer Ärztin werben? Wie zum Beispiel Mariam, die Steffi auf ihre erste Behandlung vorbereitet. Nach einem ausführlichen Erstgespräch mit einer geschulten Mitarbeiterin kann es auch schon losgehen. Aber ein Gespräch mit einem geschulten Mitarbeiter scheint dennoch notwendig zu sein. So, liebe Steffi, ich werde dir jetzt von diesen Platten 16 Stück an deinen Körper anlegen, einmal Bauch, einmal Beine, so wie wir das besprochen haben. Dann stellen wir gemeinsam das Gerät ein auf deine Bedürfnisse. Für 45 Minuten bleibst du dann liegen. Guckt euch mal kurz an, was hier im Hintergrund zu sehen ist. Garantierte 5 Zentimeter Umfangreduktion bei der ersten Behandlung. Was? Bei der ersten Behandlung. Alter Schwede, das ist... Wow. 5 Zentimeter bei einer Behandlung. Wow. Das kann ich mir wieder dasselbe sagen. Wow. 45 Minuten. Nach der Behandlung wird jeder Kunde abgemessen, um die direkten Ergebnisse auch in Zahlen zu erfassen. Das ist geil. Ich kann dir auch erklären, wie du das machst. Wenn du das erste Mal misst, hast du das Maßband halt so ein bisschen lockerer. Und beim zweiten Mal dann so ein bisschen enger. 3 Zentimeter und dann kannst du wieder Double High Five. Und diese Sofortergebnisse lassen sich echt sehen. Was war denn das für eine Messung? So misst man keinen Bauchumfang. Bauchumfang wird dort gemessen, wo sich der Bauch am stärksten vorwirkt. In der Regel zwei Querfinger über den Beckenkamm, beziehungsweise zwei Zentimeter unterhalb des Nabels. Ja, du bist aber auch Arzt, ja. Mach mal nicht die ungeschulten Pyramidenmitarbeiter hier so fertig. Wenn man nicht immer an derselben Stelle... Guter Einwand im Chat gerade. Die hat es auch voll nötig. Überhaupt nicht. Das ist wieder so. Also das meinte ich vorhin, als ich sagte, jemand, der es nötig hat, auch abzunehmen. Also wenn mir die Frau jetzt irgendwie sagt, sie geht zu Abnehmen im Liegen, das ist doch völliger Bullshit. Also das... Alles daran ist Quatsch. Beziehungsweise zwei Zentimeter unterhalb des Nabels. Wenn man nicht immer an derselben Stelle misst, ist es doch sehr einfach, unterschiedliche Messergebnisse ohne eigentliche Änderung des Bauchumfangs zu bekommen. Dazu braucht man nicht mal eine Behandlung. Sie haben eine ordentliche Messung nicht mal für dieses Video hingekriegt. Mal abgesehen davon, dass diese Frau hier offensichtlich kein Gewicht abnehmen braucht. Lassen sich echt... Geil. Alle irgendwie chat, ich, Hegedüs, alle mit den gleichen Erkenntnissen. Aber das ist krass, wenn man sich vorstellt, also das funktioniert. Du kannst das Leuten verkaufen. Ja. Boah. Schwierig. Echt sehen und sind der Grund für den unglaublichen Erfolg von Abnehmen im Liegen. Und das sollte... Alter, die hat ja einen richtig flachen Bauch. Lassen sich echt... Das ist ja kurz davor, dass du das so... Du siehst ja schon so... Schattierungen ihrer Bauchmuskeln. Ja, genau. Das ist... Sehen und sind der Grund für den Unglauben... Wahrscheinlich ist das nach der Behandlung, ne? Davor war das voll das Walross. Das ist einfach Wahnsinn, dieses Abnehmen im Liegen. War das jetzt fett? Entschuldigung. ...erfolg von Abnehmen im Liegen. Und das sollte uns von einem unglaublichen Erfolg überzeugen. Wir sollten jetzt also annehmen, dass diese Frau abgenommen hat. Sie wurde aber gar nicht gewogen. Es wurde lediglich eine einzige technisch falsche Messung durchgeführt. Und seit wann stellt man Körpergewicht durch eine Bauchumfangmessung fest? Vor allem ist auch geil, also wenn du gar keine... Wenn du das gar nicht wiegst, ja? Sagen wir mal, die wiegt danach genauso viel wie vorher. Aber stellen wir uns vor, der Bauchumfang wäre jetzt wirklich geringer. Wo wäre dann die Materie hin? Also die müsste ja... Ist die ja verlagert worden. Also irgendwo muss das ja sein. Hä? Wir arbeiten mit zwei Geräten parallel. Und das war eigentlich auch wirklich von Anfang an ausgebucht. Also zwei Geräte. Das eine Gerät ist dieser Bauchumfangsmesser und das andere ist das Kartenlesegerät, um die Bezahlung klarzumachen. Zwei Geräte parallel. Die Patienten liegen für 45 Minuten. Rechnen wir mal mit Vorbereitung mit einem Patienten pro Stunde pro Gerät. Mit dem Aktionspreis von 69 Euro sind das 1.104 Euro pro Tag mit 8 Stunden am Tag gerechnet. Voll ausgebucht, also etwa 20.000 bis 22.000 Euro im Monat. Nicht schlecht. Ich selber habe 12,5 Zentimeter bei der Erstbehandlung abgenommen. Sie hat... Was? Moment, Erstbehandlung? Sondern das mehrere Termine? Was hat die gerade gesagt? 12 Zentimeter? 12,5 Zentimeter bei der Erstbehandlung abgenommen. 12,5 Zentimeter. 12 Zentimeter Bauchumfang. Was haben die gemacht? Das Gerät hat die eingeschläfert und währenddessen hat einer irgendwie eine ganze Beinscheibe rausgeschnitten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wozu braucht man dann 10er und 20er Abo-Pakete? Was bleibt vom Patienten nach 2... Vor allem, wenn der nach einer Behandlung 12 Zentimeter und nach 10 Behandlung ist, ist der jetzt einfach weg. Das ist einfach so... Kommt zur Hüfte und dann kommt sofort Brust, Bauch weg. ...sochen Behandlungen noch übrig. Also Leute, ich habe schon unglaubwürdige Behauptungen gehört, aber sowas... Und nach dem Abnehmen im Liegen war es super. Ich musste sofort auf Toilette gehen. Also ich habe... Was kommt denn jetzt? Richtig gemerkt, der Stoffwechsel ist richtig stark angeregt worden und... Also dieses Ding hat einmal... Einmal die Darmaktivität voll angeregt, danach hatte sie Durchfall. Ich übersetze nur. Ich habe gut abgenommen und meine Hose saß danach richtig locker. Also ich konnte die richtig... Den Gürtel deutlich enger machen und es war... Ja, den Gürtel enger schneiden können dann auch die Leute, die die ganze Behandlung bei euch bezahlen, weil die keine Kohle mehr haben. Sofort einfach ein gutes Gefühl. Ich reagiere ein wenig sensibel auf solche Aussagen wie diese hier über den Stoffwechsel. Stoffwechsel ist nicht mit Ausscheidung gleichzusetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Behandlung den Stoffwechsel irgendwie anregen kann, wobei man dazu erstmal definieren müsste, was man darunter überhaupt versteht. Das passiert in diesem Video nicht. Ich weiß also nicht, was Frau Thiel genau meint. Die große Frage, was macht diese Maschine eigentlich, wird aber hoffentlich jetzt endlich beantwortet. Sofort einfach ein gutes Gefühl. Dass man bei den Behandlungen einige Zentimeter verlieren kann, ist ja wunderbar. Habt ihr hier wieder gesehen, wie der Bauchumfang gemessen wurde? Waren das nicht schon wieder zwei super schlanke Frauen, die sich gegenseitig den Bauchumfang messen? Das ist doch... Also irgendwie... Einfach durch die Bekleidung. Mir ist bewusst, dass diese Aufnahmen wahrscheinlich nur als Illustration gedacht waren. Aber wenn man für sowas werben möchte, dann bitte eine übergewichtige Person bestellen, für sie eine kostenlose Session, für die Rechte die Behandlung für Werbezwecke benutzen zu dürfen anbieten und dann alles akkurat und ordentlich filmen. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja, aber du machst ja einen Fehler, lieber Dr. Hegedüsch. Dann müsste das ja funktionieren. Und das tut es natürlich nicht. Boah, es ist eigentlich... Also ich lache die ganze Zeit, weil es natürlich so absurd ist, aber eigentlich... Das ist so mies, ne? Wie mit der Hoffnung von Menschen Geld verdient wird. Ich meine, das passiert ständig. Anstatt, ne? Also ich habe mir viele Gedanken auch zu... Ja, so... Abnehmen, Ernährung und so weiter. Also ich mache mir die Gedanken gar nicht. Ich kriege das immer nur mit, weil Menschen in meinem Umfeld teilweise dann auch sagen, ja, ist für mich schwierig. Und sie fragen dann mich dann immer, weil ich seit jetzt 39 Jahren eigentlich also noch nie irgendein Problem mit Gewicht hatte. Aber auch über die Jahre trotzdem natürlich... Also ein Stoffwechsel würde ich schon sagen, auch bei mir, der verlangsamt sich somit da mittlerweile irgendwann. Und ich passe dann immer so ein bisschen mit meiner Ernährung an. Und dann können wir über ganz, 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 ganz viel reden. Aber eine Sache versuche ich dann immer rauszufinden. Und das ist, glaube ich, mittlerweile... Also ich versuche da immer aus Gesprächen viel rauszuziehen. Aber das ist so, glaube ich, der Schlüsselpunkt. Und zwar, ich frage dann immer, was genau möchtest du? Ja, dir so, ja, ein bisschen abnehmen. Und dann denke ich mir so, okay, was konkret? Was heißt das? Ja, ich würde gerne irgendwie so fünf bis zehn Kilo oder weiß ich nicht mehr oder so würde ich gerne abnehmen. Okay. Aber ist das wirklich dein größter Wunsch? Mensch, warum möchtest du das? Und dann geht man mal ein bisschen tiefer und dann merkt man irgendwie, also mehr als einfach nur so dahingesagt, ist es eigentlich nicht. Ja, weil... Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Es fehlt, glaube ich, da etwas, dass man sich mal ganz klar überlegt, was möchte ich eigentlich? Was will ich überhaupt? Und wie viel ist das mir wert? Weil ich glaube, wenn man nicht in die Umsetzung geht, dann ist das fast immer ein Problem, dass noch nicht der richtige Motivator gefunden wurde. Es muss einem so... Also, bei mir fällt das nicht schwer, mich anständig zu ernähren. Mir fällt das nicht schwer, ins Fitnessstudio zu gehen, Sport zu treiben. Aber warum fällt mir das nicht schwer? Weil es ist ja nicht so, als würden mir irgendwie fettige Sachen nicht schmecken. Natürlich schmeckt das. Und es ist auch nicht so, dass ich jedes Mal ins Fitnessstudio gehe und denke, einfach nur hammergeil, alles gerade, jede Übung macht mega Bock. Nein, das ist es gar nicht. Das ist sehr häufig beißen, das ist sich überwinden, sagen, ach komm, nicht drüber nachdenken, einfach machen. Aber warum? Warum mache ich das? Weil ich ein ganz klares Ziel vor Augen habe. Weil ich ein ganz... Ich weiß ganz genau, was ich möchte. Ich möchte, solange es irgendwie geht im Leben, fit sein. Ich möchte kräftig sein. Ich möchte Klimmzüge machen. Ich möchte gewisserweise dehnbar bleiben. Ich möchte... Und das ist... Ich habe mir das einmal sozusagen so klar gemacht, was ich wirklich will. Und dann ist ja das andere eigentlich nur, was muss man denn dafür tun? Ja, dann kannst du dir das angucken, was du dafür tun musst. Du musst auf deine Ernährung achten, Sport treiben und so weiter. Macht das immer Spaß? Nein, aber ich will ja das Ziel erreichen. Und ich glaube, deswegen so diese ganzen halbgaren Versuche oder jetzt so, ja, dann gehe ich zu Abnehmen im Liegen. Dann geht das auch irgendwie so nebenbei. Ich glaube, wenn du einen richtigen motivierenden Wunsch hast oder was heißt Wunsch, ein Ziel, ich würde es eher Ziel nennen, dann brauchst du diesen ganzen Hokuspokus nicht. Und dann machst du einfach und das passiert. Und deswegen, ich würde... Die meiste Energie würde ich darauf investieren, sich selber zu fragen, was möchte ich eigentlich? Und dann auch so will ich das wirklich, weil du wägst... Natürlich wirst du dann abwägen und dann... Abwägen? Abwägen? Abwägen. Gucken, das müsste ich dafür tun. Und dann kannst du ja gucken, bin ich bereit, das zu machen? Und ich glaube, da sind dann viele, die dann sagen, nee, das möchte ich dann eigentlich eher nicht. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass man sogar per WhatsApp nachfragen kann. Ich habe es ausprobiert, funktioniert nicht. Man kriegt eine automatische Antwort, in der nur steht, dass man lieber eine E-Mail schreiben sollte. Schreibt dann einfach die E-Mail-Adresse hin. Wir arbeiten da mit einem... Kurze Frage an Imp Imp Imp, der im Chat ist. Hey, hast du einen festen Trainingsplan für Fitti? Nein. Ich habe zwei feste Termine in der Woche. Das ist Mittwoch-Basketball und Sonntag-Basketball. Und dann mache ich noch mal zwei, mindestens zwei Termine im Fitnessstudio. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut ich mich fühle. Also wenn ich Mittwoch-Basketball hatte, dann meistens Freitag oder Samstag ins Fitnessstudio. Und jetzt hatte ich ja gestern, gestern war Sonntag, Basketball. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich morgen ins Fitnessstudio. Also entweder Dienstag, Freitag, Samstag, irgendwo in den Zwischendruck-Tagen. Und naja, zum Beispiel aktuell ist mein Ziel, ich will wieder ein bisschen mehr Sprungkraft haben. Ich will Schnelligkeit in den Beinen haben. Dann habe ich lustigerweise auch wirklich bei Instagram mal nach Übungen geguckt, weil dafür ist Instagram gar nicht mal so schlecht. Also das Ding ist voll mit Leuten, die einem erklären, was für Übungen man machen kann. Und man muss auch nicht alles davon total umsetzen, aber das gibt einem eine ganz, ganz grobe Vorstellung, was es überhaupt an Übungen gibt. Und es ist super inspirierend. Und das mache ich jetzt seit ein paar Monaten und kann jetzt auch dementsprechend schon ein paar Zentimeter Sprungkrafttraining. Das ist brutal, weil man sehr viel trainieren muss. Und das Ergebnis sind immer so ein oder zwei Zentimeter. So, an Höhe natürlich. Einem Gerät. Dieses Gerät ist in der Lage, zwei Technologien, die ganz sicher sind, miteinander zu kombinieren. Wir haben auf der einen Seite den Ultraschall, wir haben auf der anderen Seite den Reizstrom. Und der Ultraschall ist ja bekannt aus der Medizin, in der Diagnostik. Wir wissen, dass das ganz harmlos ist. Wir können sogar Babys damit untersuchen. Und der Reizstrom ist immer auch geil, wenn es ganz harmlos ist. Und das sozusagen, also das ist ein bisschen wie dieses Globuli-Ding. Es ist, wenn es ganz, 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 ganz harmlos ist und keine Auswirkungen auf den Körper hat, dann hat es auch eben keine Auswirkungen auf den Körper. Ja, das ist wie Globuli, die einfach immer weiter verdünnt werden. Wenn es so wenig Wirkstoff ist, dann, ja, hat es eben keine Wirkung. Also auch keine Nebenwirkungen, was gut ist, ja. Es hat halt genau keine Wirkung. Reizstrom ist auch bekannt. Wir nutzen ihn, um Muskulatur aufzubauen. Und in diesem Gerät ist es so, dass beides zusammengenommen wurde. Der Ultraschall ist besonders gut da drin, das etwas träge, schlafende Fettgewebe aufzuwecken. Und den Stoffwechsel des Fettgewebes zu aktivieren, sodass das freiwillig bereit ist, einfach auch wieder sein Fett abzugeben. Und der Reizstrom bewirkt einen Aufbau der Muskulatur, eine Straffung des Gewebes. Und beides zusammen macht eine deutliche Verbesserung. Das ist ja einfach irgendwas gesagt. Das ist auch so geil. Man hört schon so an ihrer Stimme und wie sie das so formuliert, dass sie, also sie weiß doch, dass das unwissenschaftlich ist. Hä? Und die hat dann irgendwie doch studiert und hat ihre, wie heißt das, bei der Ärztekammer hat sie dann da, okay, wow. Das Stoffwechsel im Fettgewebe ist strafft. Die Haut, es macht das Bindegewebe fester, es entwässert das Gewebe und insgesamt macht es einfach einen schlanken, attraktiven Körper. Also. Das ist echt ein Piekschwurmel. Kurz gefasst, das Gerät ist in der Lage, der Gerät. in einer einzigen Behandlung zwei bis fünf Zentimeter Umfang zu reduzieren. Der Ultraschall sollte also etwas mit dem Fettgewebe machen und der Reizstrom sollte die Muskulatur straffen. Das könnte durchaus stimmen. Aber keine von diesen Sachen führt zwangsmäßig zum Gewichtsverlust. Auch wenn das Fettgewebe zerstört werden sollte, wird es den Körper nicht einfach verlassen. So magisch. So. Du liegst da so und dann eingewickelt in dieser Zwangsjacke, dass die Gerät ist, und dann siehst du so einen fettigen Zini, der fliegt dann so aus dir raus. So. So Dementoren-Style wie bei Harry Potter. Die Kilos können nicht einfach wegschmelzen. Das Fett muss irgendwo hin. Wenn man nachforscht, merkt man schnell, dass sich die Studien zum Thema auch immer mit Bauchumfangsreduktion beschäftigt haben, nie mit abnehmen. Diese zwei Sachen werden im Werbevideo irgendwie vermischt, wobei diese miteinander nicht zwangsmäßig zusammenhängen. Man kann den Bauchumfang mit dem sogenannten hochintensiven, fokussierten Ultraschall tatsächlich reduzieren. In dieser Studie wurde mit der Methode Oh, okay. Also es hat eine zumindest, wie ganz häufig im Übrigen bei Esoterik-Kram, es hat wohl eine wissenschaftliche, wie sagt man das denn? Es gibt so einen Ursprung des Ganzen. Also das ist ja wie bei Chemtrails zum Beispiel. Diese ganze Verschwörungstheorie um Chemtrails geht ja dann doch so ein bisschen um Geoengineering oder auch, dass man Wolken impfen und so, also dass man die zum Abregnen bringen kann. Also das heißt, da ist natürlich grundsätzlich etwas, wo man daran geforscht wird, was auch ausprobiert wurde und so weiter. Und dann ist es wie bei so ganz vielen esoterischen Sachen oder bei Schwurbel so, das ist dann so ein schleichender Übergang zum Schwachsinn. Und das ist halt immer so dieses Gemeine daran, weil wenn man dann auch voll draufhaut und sagt, haha, alle dumm oder so, dann ziehen die genau irgendwie so eine Studie raus, die das aber gar nicht belegt, was sie sagen, aber irgendwie im Entferntsten damit zu tun hat. Tja. ... sogar im Durchschnitt mehr als drei Zentimeter erreicht. Die Teilnehmer waren jedoch nicht adipös, sondern nur übergewichtig. Es wird außerdem etwas erwähnt, von dem bei Abnehmen im Liegen nicht ein Wort gesprochen wurde. So eine Behandlung tat mindestens in dieser Studie weh. Teilnehmer haben auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wo 10 die Hölle ist, 4,45 plus minus 2,74 starke Schmerzen angegeben. Da wären wir auch wieder bei, was ich eben gesagt habe. Wenn du keine Auswirkungen hast von dem, was du da tust, dann hat das in der Regel auch keine Wirkung. Das ist auch so fast schon eigentlich so ein physikalisches Grundprinzip. Aktion, Reaktion. Irgendwas muss ja passieren. Sei es dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Strahlentherapie, aber dass dann irgendwie später was mit den Zellen passiert. Wenn du einfach nur, das weiß ich nicht, von irgendwelchen, dann sprechen wir immer von irgendwelchen Energien und dann wird dann der Ultraschall und so. Aber wenn das nicht ausreicht, dass das irgendwas mit dem Gewebe macht, dann passiert damit nichts. Was soll denn damit passieren? Bei solchen Schmerzen gibt man in der Regel schon starke Schmerzmittel. Sogar Opiate wie Morphin kommen in Frage. Davon habe ich im Werbevideo nichts gehört. Ja, dann haben wir doch die Lösung. Dann ist die Lösung abnehmen und im Liegen und High sein. Aber dann brauchst du ja wieder einen Arzt. Dann kannst du das nicht als Multi-Level-Marketing-Schrott an die Leute verkaufen. Ich weiß aber auch nicht, ob das hier beworbene Mia Pro Gerät überhaupt mit solchen hochintensiven, fokussierten Schallwellen arbeitet. Ultraschall ist ja nicht gleich Ultraschall. Um etwas genaueres zum Gerät sagen zu können, wäre es zwingend notwendig, mehr über die Maschine zu erfahren. Und das ist schwieriger, als ihr denkt. Auf der dürftigen Webseite des Gerätes erfährt man nichts wirklich Braugbares über technische Details. Diese sind womöglich Betriebsgereimnisse wie die genaue Wirkungsweise von Zara Secrets Glaskügelchen. Man findet aber ziemlich merkwürdige Behauptungen. Was Mia Pro von ähnlichen Geräten auf dem Markt unterscheidet, sind individuell auf den Kunden abgestimmte Einstellungen und eine vereinfachte Handhabung. Ebenfalls sind die Resultate des Gerätes beim Endkunden nicht vergleichbar mit anderen Geräten auf dem Markt. Das ist einfach so wischi-waschi. Wieso nicht? Was macht dieses Gerät so einzigartig? Die wirkungsvolle, tiefgehende Ultraschall und die exakte Stromimpulsgebung von Mia Pro stimulieren den Fettstoppwechsel und beschleunigen die Freisetzung der Fettsäuren beim Kunden. Fettzellen werden voneinander gelöst und nachhaltig reduziert, was Mia Pro von der Konkurrenz unterscheidet. Die Konkurrenz... Ähm, Mia Pro heißt das Gerät oder was? Habe ich das richtig verstanden? Das ist ein bisschen lustig, weil, äh, sagt man nicht, dass, ähm, von denen, ähm, also lustig ist das nicht, sondern makaber. Es gibt doch Anna und Mia, ne? Das eine ist doch, äh, das sind die, die, die Mädchennamen für die Krankheiten hier, äh, Magersucht. Also Anna, Anorexie, keine Ahnung. Und das andere, Bulimie. Und dann sagt man immer Anna und Mia. So, habe ich mal gehört irgendwie, dass das so die, ähm, ja, so code-wortmäßig irgendwie ist, wie auch in Foren oder so. Mädels dann über ihre Magersucht sprechen. Interessant, dass das dann, ähm, genau, Anorexie und Bulimie. Äh, Anna und Mia. Und das ist Mia Pro, also die Pro-Variante davon. Oh Gott. ...werden voneinander gelöst und nachhaltig reduziert, was Mia Pro von der Konkurrenz unterscheidet. Die Konkurrenz wirbt übrigens mit denselben Versprechen, wie ihr gleich sehen werdet. Es handelt sich also um einen tiefgehenden Ultraschall. Keine Ahnung, was das bedeutet. Tiefgehend muss besonders gut sein. Irgendwie wie eine erstklassige Erfahrung oder eine bahnbrechende Entdeckung oder eine besonders sanfte Anwendung. Nur heute, nur jetzt. Wo kommt aber dieses Gerät her? Wer ist der Hersteller überhaupt? Das werden wir leider nicht herausfinden. Temu. Da es hier auch keine Impression gibt. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe aber nicht aufgegeben und mit ein bisschen Mühe habe ich dieses Gerät von der Schweizer Firma Pro Elite Swiss gefunden. Das hier weist eine... Das ist so geil. Was die Leute, was die Menschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Kauf nehmen, damit sie auf gar keinen Fall über ihre Ernährung nachdenken oder sie verändern und irgendwie auch Sport treiben. Ich möchte da kurz noch eine Freundin zitieren, die gestern geschrieben hat. Ich glaube, es war gestern. In einem Gruppenchat oder so. Es ging ihr am Wochenende nicht so gut. Also einfach so vom Gemütszustand irgendwie so eine innere Unzufriedenheit. Und dann schrieb sie so in die WhatsApp-Gruppe, in der ich bin. So, ich habe gerade, weiß nicht, eine Stunde Sport gemacht, bin spazieren gegangen. Heilige Scheiße, jetzt geht es mir gut. Wahnsinn, was Sport und körperliche Betätigung einfach mit deinem Wohlbefinden anstellen kann. Nicht jetzt, dass jemand gleich kommt und wieder sagt so, ja, ja, klar. Da sagt jemand, der hat Depressionen und du sagst, ja, mach mal ein bisschen Sport. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sich mal ein bisschen bewegen, gerade wenn man diese, ich habe das ja auch im Winter jetzt, muss ich mal höllisch aufpassen, dass ich nicht in so eine, so eine, ja, Winterblues ist, glaube ich, so das richtige Wort, dass ich da nicht so verfalle. Und das Interessante ist wirklich, du musst dich eigentlich, also zumindest ich muss das, ich muss mich dann so einmal überwinden und sagen, ach komm, jetzt gehst du mal raus, gehst eine halbe Stunde, Stunde irgendwie Rad fahren, gehst an der Klimmzugstange, machst ein paar Übungen, kommst nach Hause und du merkst, es geht mir besser. Also mir, es ist jetzt keine Verallgemeinerung und so und will das jetzt keinem sagen, so hey, mach mal ein bisschen Sport, dann ist alles wieder gut. Aber das hat eine unglaublich krasse Wirkung, kann es haben so. Und ich finde das dann immer faszinierend, ich würde so krass immer daran ansetzen und sagen, das ist es, was wir den Menschen vielleicht immer weiter verklickern müssen, beibringen, im Chat gerade ziehen und dann sagt, komm in die Gruppe. Also das ist dieses, ich meine, man muss das mal wirklich, ich würde da jedem empfehlen, richtig viel Hirnschmalz drüber zu verwenden, auszukübeln, was auch immer, überlegt euch das doch mal, das ist euer Körper, ja, ihr seid ja nicht nur eben das Geistige, sondern das ist der Körper und alles das hier, das sind ja Funktionen, die Finger, die Arme, so das alles hat, der Arm hier, der hat einen Radius, ja, alles hat, wir können das in alle Richtungen bewegen und auch ich arbeite ja viel am Rechner, sitze dann zu einem großen Teil des Tages genau so, ne, ihr merkt das so häufig, ich rück mich irgendwie zurecht, weil mein Körper schon wieder sagt, so, zu lange eine Position und der Körper hat so viele Möglichkeiten und wir nutzen sie gar nicht, wir nutzen nicht den Bewegungsradius, den wir haben und es ist doch völlig klar, wenn, wenn du die ganze Zeit in so einer, in so einer Enge irgendwie verbringst, dass das irgendwann, vor allem, wenn du dann auch noch übergewichtig wirst und so oder oder mehr, mehr wiegst und auch noch die Belastung größer wird, dass das dann auch etwas mit deinem Gemütszustand macht, das, also, das ist ja jetzt kein, kein, ich habe mich damit noch nicht befasst, im Sinne von, ob man das irgendwie nachgewiesen hat, aber für mich ist das ziemlich klar, dass, dass es hier einfach eine Korrelation gibt, so, den Kopf mal frei bekommen, indem man alle seine Gliedmaßen, die man hat, mal in andere Richtungen streckt, mal in die Hocke geht, aufsteht und so weiter und das finde ich, würde ich immer wieder versuchen, den Leuten schmackhaft zu machen. Gewisse Ähnlichkeit mit unserem Wundergerät auf, oder? Diese Firma produziert übrigens auch Anti-Aging-LED-Gesichtsmasken. Auch hier finden wir nichts Konkretes über das Gerät, aber es sollte auf der Technologie der italienischen Firma Caesarea Quaranta basieren. Und guckt, die Italiener verkaufen tatsächlich Geräte, ganz andere Geräte, die keine Ähnlichkeit mit den bisher erwähnten Zweigeräten aufweisen und sie sagen, dass sie Hochfrequenzultraschall verwenden. Das bedeutet aber leider gar nichts. Eine hohe Schallfrequenz muss nicht zwingend eine genügend hohe Energie ins Gewebe abgeben. Das ist ja nur die Frequenz. Die Amplitude ist ja noch wichtig. Wie viel Leistung gibt das Gerät ab? In der ganz normalen diagnostischen Sonografie arbeiten wir auch mit Frequenzen bis 7,5 MHz. Aber diese Geräte haben dennoch eine geringe akustische Leistung. Wenn man ein Gerät damit bewirbt, irgendwas damit zerstören zu können, müsste man über akustische Leistung oder akustische Intensität reden, nicht über Frequenz. Aber man kann mit dieser Technologie auf jeden Fall lokale Fettansammlungen reduzieren. Genau dafür sind ähnliche Geräte bei Sportlern beliebt. Ah, okay, guck mal. Jetzt kommen wir in einen interessanten Teil. Das ist wieder dieser kleine Bereich, wo dann doch irgendwie was dran ist. Die letzten kleinen Fettbolster loszuwerden und die perfekt detaillierten Muckis zu erreichen. Die Italiener werben dementsprechend auch für ein komplett anderes Klientel als die von Abnehmenden liegen. Sie werben damit, dass ihr Gerät bei der Körperformung, Lymphdrainage, Muskelstraffung und Zellulitebehandlung helfen könnte, sowie bei lokalisierter Fettablagerung. Sie werben nicht damit, dass sie zuckerkranken, adipösen Menschen beim Abnehmen helfen würden. Das ist interessant, weil das kenne ich auch. Also es kann ja sein, dass du sogar auf deine Ernährung achtest, sehr, sehr sportlich bist und du hast trotzdem immer noch so diese, das weiß ich nicht, am Oberschenkel, vielleicht am Bauchrücken, unten irgendwie so ein Pelsterchen, was einfach nicht weggeht, obwohl du eigentlich alles machst und du bist auch sonst hart durchtrainiert, aber da eventuell nicht und dann wahrscheinlich für den Anwendungsfall wäre das dann, wenn man das vielleicht noch in Angriff nehmen möchte. Aber da kenne ich mich nicht aus. Glauben wir ihm mal, er ist Arzt. Sie präsentieren in Ihrer Broschüre zwei Fälle. Im ersten Fall betonen Sie explizit, dass sich das Gewicht der Patientin nach einer zwölfmaligen Therapie in 24 Wochen nicht veränderte. Die andere Patientin in der Broschüre nahm in 30 Wochen drei Kilogramm ab. Das wird aber nicht diesem Gerät gut geschrieben, da Sie damit überhaupt nicht werben. Ich habe mich ausführlich mit der Literatur beschäftigt und kann nur sagen, mit Ultraschall und Elektrostimulation kann lokales Fett zerstört werden und es ist auch möglich, die Figur zu formen und die Haut straffer zu machen. Ob die von mir gezeigten Geräte das wirklich können, weiß ich nicht. Diese Technologie wird aber für eins sicherlich nicht routinemäßig benutzt. Zum Abnehmen im Liegen bei verkleibigen Patienten. Wenn jemand damit wirbt, seine Geräte individuell an Einzelkunden einzustellen, dann noch betont, dass die Resultate des Gerätes beim Endkunden nicht vergleichbar mit anderen Geräten auf dem Markt seien, dann würde ich irgendwie erwarten, dass hier mal ein paar Studien aufgelistet sind, die diese Behauptungen beweisen. Oder? Wo sind diese? Der Punkt mit dem Abnehmen ist wichtiger, als ihr vielleicht auf den ersten Blick denkt. Es macht einen Riesenunterschied, ob man ein Gerät für kosmetische Zwecke einsetzt oder verspricht, dass man durch diese Behandlung gesünder wird. Wenn man ein Gewicht abnehmen würde, wäre das ja der Fall. Ich kann die Reiterhosen abbauen, also gerade in den Bereichen, wo ich Fettgewebe habe, was mich besonders stört. Das sind die Reiterhosen, das ist aber auch der Bauch. Damit kann ich sehr gut Fettgewebe mobilisieren und abbauen. Ich kann den Körper straffen, ich kann Zellulite damit behandeln, ich habe ein viel, viel schöneres Hautbild wie vorher. Das ist geil, dass dann immer, wie sie das gerade beschreibt, das wechselt immer so zwischen, ja, das macht so Fettgewebe mobilisieren und dann kommen immer so subjektive Sachen rein. Ich habe ein viel, viel schöneres Hautbild, ich habe eine hübschere Teil, ich bin attraktiver, kommt gleich irgendwie noch. Also das ist immer so, das eine, das ist dann, wäre ja sozusagen so ein medizinischer oder einfach fachlich, das andere, aber immer wird das, wird so hin und her gesprungen, damit du auch schön so dann immer weißt, warum du denn das alles machen sollst und warum du so viel dafür bezahlen musst. Ja, und ich mache den ganzen Menschen auch ein kleines bisschen gesünder, was ich ganz besonders wichtig finde. Das ist einmal richtig, wenn man ein bisschen schöner wird, fühlt man sich besser und dadurch könnte man sogar ein kleines bisschen gesünder werden. Weniger Stress, sage ich nur. Ja, Gesundheit ist ja auch sehr ganzheitlich zu betrachten. Gibt ja auch psychische Gesundheit. Das ist ja auch immer mal so ein bisschen dieses Ding mit diesen ganzen Placebo-Gedöns und alles. Also so gesehen kann auch, weiß ich nicht, schicke Klamotten können dich gesünder machen, wenn du dich damit wohler fühlst, ja. Es ist ja aber am Anfang dieses Videos nicht über Patienten mit Zuckerkrankheit gesprochen. Was mich besonders begeistert ist, dass wir die Menschen nicht nur schlanker, schöner und fitter machen, sondern ich mache sie auch noch gesünder, weil ich habe wirklich durch Abnehmen im Liegen einen besseren Stoffwechsel und das schaffe ich nachhaltig auch. Und das ist für mich als Ärzte natürlich ganz besonders wichtig. Deswegen kann ich das jedem empfehlen. Jein, das müsste man doch beweisen. Man könnte davon ausgehen, dass eine Reduktion des Bauchfettes zu einer besseren Stoffwechsellage führen könnte. Ich denke jetzt an Blutfettwerte und Insulinresistenz beispielsweise. Was denkt ihr? Das klingt doch glaubhaft, oder? Diese Übersichtsarbeit hat sich genau diesem Thema gewidmet. Und was haben sie gefunden? Während die nichtchirurgische Fettentfernung anhaltende Effekte auf die Körpermaße zeigt, waren die Veränderungen der Serum-Libit-Profile nur vorübergehend. Derzeit gibt es keine überzeugenden Beweise, die die Schlussfolgerung stützen, dass die nichtchirurgische Fettentfernung metabolisch vorteilhaft ist. Schade eigentlich. Vielleicht doch zu schön, um wahr zu sein. Okay, also doch wieder unters Messer abschneiden. Effektivste Methode. Auf der Webseite steht übrigens, dass man mit dieser Methode ohne strenge Diät abnehmen kann. Und hier seht ihr nochmal schriftlich, dass die Rede von Gewicht und nicht von Zentimetern ist. Das steht hier übrigens auch noch was von Giftstoffen, was wieder in Richtung Entgiftungswaren geht. Übrigens, hier steht auch, warum man sofort so tolle Effekte sehen könne. Das Gewebe wird entwässert. Dieses Gelme, diese ganzen Giftstoffen, und dann haben wir auch dieses, ich glaube, da kommt ja auch diese ganze Entschlackungskur und so weiter, wo ich mir immer gedacht habe, ich habe das nochmal gehört, aber hat der Körper wirklich so Schlacke in sich? War Schlacke nicht? Warte mal, wo kommt das nochmal her? Schlacke, Metallurgie, bezeichnet man erstarrten Begleitphasen. Was ist das? Ein Stück Schlacke aus dem Rennofen. Flüssige Schlacke wird abgekippt. Hier. Da, das flüssige Schlacke, die ist in deinem Körper und du musst entschlacken, damit das rauskommt. Schlacke kommt aus dem Hochofen, genau. So geil. Metallherstellung. Wie ist das passiert, dass man den Leuten das verkaufen konnte? Entschlackung. Das sieht man natürlich sofort. Ich wollte aber eigentlich auf den Diätaspekt hinaus. Keine strenge Diät also. Im Video erzählt die Ärztin, dass das Gerät ja fett freisetzt, aber es muss alles noch verbrannt werden und dieser Prozess braucht eine kleine Unterstützung. Ah, jetzt verbrannt werden, jetzt sind wir beim Hochofen, bei der Metallherstellung, deswegen die Schlacke. Jetzt ergibt alles Sinn. Und dann scheiße ich dir in den Kopf! Dann verbrannt wird und um es zu verbrennen, müssen wir halt auf Kohlenhydrate verzichten, weil es ist leider so, dass wenn wir Kohlenhydrate essen, der Insulinspiegel hochgeht, der Zucker steigt an und in dem Moment, wenn wir Zucker im Blut haben, wird der Körper immer Fettaufbau machen. Das ist einfach so, durch den Insulinspiegel, durch das Insulinhormon haben wir immer Fettaufbau und wenn ich Fettabbau haben will, muss der Zuckerspiegel niedrig sein. Das heißt, die Kohlenhydrate sind ein ganz wichtiges Thema und deswegen empfehlen wir, vor der Behandlung zwei Stunden keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Am besten. Ah, guck mal. Jetzt kommt so über die Hintertür. Also ihr müsst keine Diät machen und so, aber zwei Stunden vorher einfach keine Kohlenhydrate essen und dann schneiden wir euch nochmal 45 Minuten fest und danach ist noch ganz wichtig, dass ihr den halben Tag einfach ein bisschen besser esst. Das hat nichts mit einer Diät zu tun. Das ist nur wichtig, weil sonst funktionieren die mega krassen Strahlen nicht. Also zwei Stunden, zwei Tage vorher und nachher einfach nichts essen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Gar nichts zu essen, nur viel zu trinken und zwölf Stunden nach der Behandlung auf Kohlenhydrate zu verzichten. Und die Menschen, die besonders viel auch gewichtsmäßig erreichen möchten, die machen auch ein bisschen mehr als das. Da wäre der Tag der Behandlung und der Tag danach mit einer niedrigen Menge an Kohlenhydraten schon sinnvoll. Was ist das? Das heißt Gehirnfick. Ist aber eher mild. Das ist geil. Du verkaufst den Leuten für richtig geltende Diät. So, und jetzt muss ich jetzt muss ich mich selber bremsen. Ey, was machen wir eigentlich, wenn das am Ende aber funktioniert? Wenn du den Leuten 5000 Euro aus der Tasche ziehen musst und sie dann sozusagen dieses Gefühl von jetzt habe ich schon so viel investiert, vor allem Geld. Klar mache ich jetzt natürlich das an einem Tag vorher und danach, weil ich will ja, dass diese... Das ist so. Ja, was machen wir denn, wenn das jetzt wirklich dann funktioniert? Vielleicht wollen manche Menschen betrogen werden. Das ist ja... Das kriegt mein Gehirn gerade nicht auf die Kette. Dann purzeln auch richtig die Funde auf der Waage, was zugegebenermaßen die meisten auch möchten. Die möchten auch auf der Waage Gewicht abnehmen. Klar, mit dem Gerät wird man ja auf der Waage kein Gewicht abnehmen. Und was für ein... Im Chat. Dich nervt doch nur, dass es nicht deine Idee war. Nee, ich könnte das nicht. Wobei, wobei, ich habe gerade echt ein Mindfuck ist gerade drin, weil... Was ist, wenn das wirklich... Also, das ist so ein bisschen dieses... Warte, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Also, wie gesagt, ich biete ja Mixdown und Mastering an. Ich bekomme von Musikern, Produzenten Spuren. Ich mische die neu ab. Ich schicke denen das zurück. Und dann geht es halt manchmal hin und her. Und so weiter. Und mir hatte mal einer gesagt, ähm, ich glaube es hin an, wenn du mehr Geld nehmen würdest, wären die Kunden zufriedener. Und ich so, hä, was? Ja. Wenn die, wenn die, wenn die das mehr bezahlen, dann hast du dieses, ich glaube, das hatte Jeremy Fragrance auch schon mal in irgendeinem Video erzählt. Ähm, wenn die mehr bezahlen, dann fühlt sich das ja wertiger an, weil das, was du bezahlst, also das, das Geld ist direkt verknüpft damit. Und vielleicht musst du den Leuten eine, eine Standard Billo-Diät, also eine ganz einfache Diät, bisschen Low Carb und, äh, hier Intervallfasten, einfach für richtig viel Geld verkaufen und dann klappt das ja wirklich, also ich, ich denke nur so ein bisschen quer durch die Gegend. Wunder, dass die Kilos erst dann purzeln, wenn man doch mindestens zwei Tage auf Kohle hat. Ja, der Chat weiß natürlich mehr, was nix kostet, ist nix. Genau. ...hydrate verzichtet. Wenn man noch dazu seine Ernährung richtig umstellt und vielleicht auch mit Sport anfängt, dann zeigt das Gerät eine noch bessere. Und wenn du dann noch sechs Stunden, sechs Mal in der Woche ins Hitteschule gehst, dann ist das Gerät der Wahnsinn. Also, ziemlich sass alles, oder? You cannot lose! Man fragt sich, wie lange die fantastischen Ergebnisse nach der Behandlung mit der Wundermaschine anhalten. Zwölf Zentimeter bei der ersten Behandlung. Wie lange bleibt das aber so? Dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Im selben Video, das wir bisher mit Frau Thiel geschaut haben, sprach Kurz eine zweite Ärztin. Sie sagte dazu folgendes. Das Ergebnis von Abnehmendem Liegen hält auf jeden Fall langfristig und es gibt bei Abnehmendem keinen Jojo-Effekt. Ganz im Gegenteil zu so manchen Diäten, die man ja immer wieder macht, wo man dann schreie ja mich nicht so an! Ja, ich habe, Entschuldigung, ich habe gar nicht, ich habe nur so halb zugehört, weil ich immer noch in meinem Kopf bei der nächsten Idee bin und zwar, wir verkaufen den Leuten Abnehmpillen, in den Pillen ist einfach nichts drin und diese Pillen wirken aber immer nur, weil man, wenn man genau 24 Stunden, in so einem Zeitfenster von 24 Stunden nichts gegessen hat. Das ist halt ein bisschen, das ist halt der Trick, aber dann, und dann die Pillen sind richtig teuer, ne? Man kann sich ja eigentlich dann alles verkaufen. Nachdem man die Diät abgeschlossen hat, auch wieder zunimmt. Das gibt es bei Abnehmendem Liegen nicht. Der Vorteil von Abnehmendem Liegen ist, dass man bereits nach der ersten Behandlung einen Effekt sieht. Wie gesagt, wir... Wie... Also, ich finde das immer so geil, was... Das Argument ist, das gibt es nicht. Das, den Jojo-Effekt gibt es bei Abnehmen und im Liegen nicht. Denn, nach der ersten Behandlung ist der Effekt voll groß und das andere passiert nicht. Ja, weil... Wir garantieren zwei bis fünf Zentimeter Umfangsreduktion nach der ersten Behandlung. Das erreichst du mit keiner Diät und auch nicht mit Sport. Also, ohne Jojo-Effekt und hält lange. Man verkauft dennoch Fünfer, Zehner, Zwanziger Pakete. Aber wozu, wenn es sowieso lange hält und schon nach einer Behandlung zwei bis fünf Zentimeter verschwinden? Komisch, oder? 2019 sprach Frau Thiel in einem Video noch ein wenig anders. Aber mal mit fünf Einheiten. Ist das in Ordnung für euch? Ja, das ist in Ordnung. Machen fünf Einheiten. Was kann ich denn da so erreichen bei fünf Einheiten? Fünf Einheiten, je nachdem, wie gut man da nichts ist, kann man diese fünf bis acht Zentimeter... Was? 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 Ich muss nochmal... Je nachdem, wie gut man währenddessen nichts ist, oder was hat die jetzt gerade echt gesagt? Je nachdem, wie gut man da nichts ist, kann man diese fünf bis acht Zentimeter auch dauerhaft halten. Dauerhaft halten. Nach diesen fünf Zentimeter. Genau. Ja, und dauerhaft. Okay, das heißt, man hat einige Einheiten. Und ihr habt mir erzählt, bereits nach zehn Einheiten, ja, die sind dann nochmal wesentlich günstiger, ja. Ja, ja. Ist das schon richtig sichtbar? Also das ist richtig sichtbar. Also der Langzeiteffekt hängt davon ab, wie gut man danach nichts isst. Ja, ich esse danach so gut wie nichts. Ja, ich esse danach so gut wie nichts. Bis zum Himmel stinkt. Ich denke das auch. Bei meiner Recherche bin ich aber auf etwas gestoßen, was noch nie zuvor vorkam. Im Netz habe ich nämlich das gefunden. Wettbewerbsverstoß der Feststellung der Ergebnisse enthalten. Wenn für die von der Beklagten angebotene Ultraschallbehandlung bestimmte Wirkungsaussagen gemacht werden, dann muss auch das hierfür angewandten Gerät in der Lage sein, gerade diese Wirkungen herbeizuführen. Dabei kann grundsätzlich auch nur anhand des jeweils konkret verwendeten Gerätes überprüft werden, ob dieses tatsächlich in der Lage ist, den angepriesenen Effekt zu erzielen, sodass nicht darauf abgestellt werden kann, ob es möglicherweise irgendein Gerät gibt, welches mittels Ultraschall und oder zusätzlichen Reizen EMS die von der Beklagten in ihrer Werbung ausgelobten Wirkungen erzielen kann. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro ersatzweise ordnungshaft oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu vollziehen am Geschäftsführer zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr auf dem deutschen Markt für eine Behandlung mittels der Gerätschaft Mia Po wie folgt zu werben. Und hier liest man dann praktisch alles, was wir in den Videos gehört und gesehen haben. Sowas habe ich noch nie erlebt und ich verstehe einfach nicht, wie das sein kann. Ich hätte zu gerne gewusst, wie sowas überhaupt sein kann und habe dazu Chris Steiner gefragt. Ich habe außerdem auch Frau Dr. Thiel kontaktiert. Wenige Tage später habe ich zu meiner größten Überraschung E-Mail von einem Anwalt bekommen. Meine Mann dann... Oh oh, jetzt wird's übel. Jetzt hat er schlafende Hunde geweckt oder sich irgendwo reingenommen. Nee, schlafende Hunde gar nicht, sondern man hat sich in ein Geschäftsfeld gewagt. Meine Mandantin hat mir ihre E-Mail vom 8.9.24 zur Beantwortung übergeben und darf ich nach bester Kenntnis des maßgeblichen Sachverhaltes hier zur Stellung beziehen, wie folgt. Ich nehme also an, dass es der Anwalt von Frau Thiel war. Meine Mandantin hielt und hält sich stets an die geltende Rechtslage und wird sich selbstverständlich jederzeit einem allfälligen rechtskräftigen Urteil fügen. Der Vorwurf hingegen, meine Mandantin würde Lügen und Fehlinformationen verbreiten, wird entschieden, in Abrede gestellt und auf das Schärfste zurückgewiesen. In Hinblick auf das von Ihnen genannte Urteil des LG Berlin jedoch ist festzuhalten, dass dieses nach wie vor nicht rechtskräftig ist. Die von Ihnen angesprochenen und sinngemäß zitierten Inhalte sind daher zu diesem Zeitpunkt rechtlich schlicht inexistent und entfalten absolut keine, wie auch immer, geartete Wirkung nach außen. Dazu kommt, dass die dem Urteilstenor sinngleiche, einstweilige Verfügung dasselben Gerichtes wegen Rechtswidrigkeit ersatzlos aufgehoben wurde. Es kann demnach festgehalten werden, dass ein Verbot der Werbung mit Abnehmen im Liegen oder sinngleiche Verbote nicht bestehen. Was soll man dazu sagen? In einem nächsten Absatz steht aber noch etwas, was ich euch unbedingt vorlesen wollte. Meine Mandantin möchte mitteilen, dass sie den Werbeslogan Abnehmen im Liegen ähnlich verstanden wissen will, wie beispielsweise auch Red Bull verleiht Flügel. Tatsächlich käme wohl niemand auf die Idee, sich darin beschwert zu erachten, dass Red Bull eben keine Flügel verleiht. Hä? Also Red Bull verleiht Flügel, also so Klaviere, Red Bull Flügel verleiht, nein, aber Abnehmen im Liegen, hä? Wie soll man das denn nicht so verstehen? Das Schreiben endet dann mit diesen Sätzen. Meine Mandantin ist vom Funktionieren der Technologie absolut überzeugt, die Kunden sind es ebenso. Naja, ich wünschte mir ein bisschen mehr als überzeugte Therapeuten und Kunden. Es gibt ja Möglichkeiten, auch Skeptiker zu überzeugen, nicht wahr? Wie wäre es mit Studien? Ich habe beim Anwalt nach Studien gefragt und gleichzeitig mitgeteilt, dass ich das Argument mit dem Red Bull-Slogan-Vergleich nicht nachvollziehen kann. Ich habe auch begründet, warum. Im Video wird ja klar gesagt, dass diese Behandlung für zuckerkranke, übergewichtige Patienten empfohlen wird, und zwar mit dem Ziel, an Gewicht abzunehmen. Man könnte also vielleicht doch auf die blöde Gedanken kommen, dass man hier Gewicht verliert, oder? Und bis ich auf eine Antwort wartet, dachte ich an unseren Lieblingsanwalt, Herrn Juhn. Ich habe bei ihm nachgefragt, wie es manchmal sein kann, dass es Anbieter gibt, die sogar schon verurteilt wurden, aber trotzdem einfach weitermachen. Sowas kommt ja immer mal vor. Anwalt Juhn beschrieb mir in einer Videonachricht ein interessantes Problem, das bei solchen Fällen eine Rolle spielen kann. So, lieber Herr Dr. Hegedüß, schön, wieder von Ihnen zu hören. Ich antworte ihn einfach mal wieder in der gleichen Art unterwegs. Was ich aber auch anschauen muss, ist, ist es tatsächlich der gleiche Hersteller, Vertriebspartner, der hier verurteilt wurde. Denn es könnte durchaus sein, dass das gleiche Produkt von einem unterschiedlichen Unternehmen mittlerweile verkauft wird. Ich gründe einfach ein neues Unternehmen, was es verkauft, was nicht belastet ist. Und das macht man vielleicht sogar ein paar Mal, bis der Kläger keine Lust mehr hat, es weiter zu verfolgen. Und das ist genau das Problem. Man rennt ja immer Katze und Maus mäßig hinterher. Und diejenigen, die... Dass das überhaupt möglich ist. Geil. Okay. Ja. ...längeren Atem haben, die nämlich mehr Geld damit verdienen. Die haben dann am Schluss den Erfolg, dass sie trotz einer objektiv rechtswidrigen Lage ein Produkt weiterhin verkaufen. Ich hoffe, Ihnen geht es weiter. Bleiben Sie. Ja, das Problem ist natürlich dabei auch so bei so schwammigen Sachen, was jetzt irgendwie auch jeder, habe ich ja schon gesagt, das ist ja kein medizinisches Produkt. Also wenn es jeder anwenden kann, wenn jeder sich so ein Gerät kaufen kann und jeder darf auch diese Therapie durchführen, dann sind die genutzten Leistungen und so weiter in einem so niedrigen Bereich, dass es eben nichts macht. Und dann kannst du wahrscheinlich auch einfach immer wieder Herstellernamen ändern, Marketing einmal neu durchlaufen lassen und dann ist das halt gefühlt auf dem Papier ein anderes Produkt. Ich bin grundsätzlich, ja, also ich verstehe immer so den Rechtsweg, man kann das dann machen und dann das sollte, das können, also sollen gerne Leute machen, die da irgendwie Bock drauf haben. Ich bin immer gerne so auf der anderen Seite unterwegs. Lass die das ruhig machen und gleichzeitig einfach darüber aufklären, was das ist, was es kann, was es nicht kann. Ich glaube immer, da ist wahrscheinlich am Ende das für den eigenen Geldbeutel am besten und für die Nerven. Also ich finde immer alles, was mit Rechtsstreitigkeit zu tun hat, finde ich persönlich immer so total belastend. Also ich hatte in meinem Leben, lass mal überlegen, ich glaube, irgendwann in meiner Studienzeit hatte ich mal was Juristisches, da ging es um BAföG und so weiter. Also ich habe BAföG bekommen und dann war gewisse Sachen unklar und dann musste man auch mit Rechtsschutzversicherung da rangehen und das fand ich alles super. Ich dachte immer, hey, das müsste man doch eigentlich in einem normalen Gespräch klären können. Aber ich gehe da immer auch gerne so ein bisschen naiv an Sachen ran. Ich weiß, dass es die Welt der Juristerei so gibt, aber ich versuche mich da weitestgehend fern von zu halten. Ich glaube, das kostet, also da musst du richtig Bock drauf haben. Ansonsten glaube ich, kostet dich das ganz viele Nerven, bringt dir graue Haare und zermürbt dich. Mein Tipp wäre immer, wenn es irgendwie geht, sich aus sowas raushalten. Seien Sie gesund. Bis dann. Vielen lieben Dank, Herr Jun, für diese interessante Erklärung. Das war mir so nicht bewusst. Finde ich es natürlich sehr traurig. Ich empfehle euch, wärmstens den Kanal Anwalt Jun anzugucken und ihm zu folgen. Herr Jun leistet eine hervorragende Arbeit und verdient auch ein Abo und auch viel Liebe von uns. Oh oh. Eine Unterscheidung zwischen Abnehmen an Gewicht und dem Verlust von Zentimetern am Bauchumfang ist wohl eher eine akademische Sichtweise. Der Empfängerkreis jenes Videos dürfte sehr vermutlich keine diesbezügliche Unterscheidung machen, was sich letztlich auch anhand der großen Nachfrage an den kosmetischen Behandlungen selbst und ebenso am Erfolg dieser Behandlung nachvollziehen lässt. Also, ich übersetze. Moment. Empfängerkreis. Also, unser Empfängerkreis ist blöde und denen können wir es verkaufen. Also, heul nicht rum, du blöde Akademiker. Jenes beworbene Ziel, welches durch die angebotenen kosmetischen Behandlungen mit dem Gerät MiaPro verwirklicht werden kann, entspricht exakt dem seitens meiner Mandantin abgegebenen Versprechen. Die Kundinnen... Wieso eigentlich nur Kundinnen? Ich will auch mal in Speck loswerden. Die Kundinnen erwarten durch... Ne, was? Durch nämliche Behandlungen eine schönere Figur. Darum geht's. Wobei ihnen einfach, schnell, minimal, invasiv und auch kostengünstig, das ist natürlich immer Ansichtssache, geholfen werden kann. Eine besonders aussagekräftige Studie wird im Frühjahr 2025 erwartet. Ich bitte namens meiner Mandantschaft diesbezüglich um Verständnis, dass zurzeit keine einzelnen Fragmente hieraus veröffentlicht werden können. Alles klar. Ja, vielleicht müssen wir uns aber ein bisschen gedulden. Frühjahr 2025 kriegen wir dann endlich mitgeteilt. Krasse Geschichte, oder? Was haltet ihr davon? Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Unterstützung und jede weitere Empfehlung, wenn es so weitergeht und der Kanal nicht zugemacht wird, schaffen wir vielleicht sogar bald den 20.000 Abonnenten. Das wäre großartig. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns bald wieder. Schön. Ja, also ich habe jetzt das ältere Video dazu angeguckt. Macht aber, glaube ich, gar nichts. Also erst mal mit meinem Zweitkanal hier rein subscriben und einen Daumen nach oben geben. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr auf das erste Video, das werden jetzt noch mal 20 Minuten. Ich glaube, das war jetzt auch sinnvoller, das erste Video dazu anzugucken. Ich finde es auf jeden Fall spannend und finde das sehr geil, was Dr. Hegedüsch da so veranstaltet. Im Übrigen ja auch ein Mitglied bei der GWUP. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Das waren meine Gedanken dazu. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt geht's. Dann geht's.